Es war einmal ein unsichtbarer Mann, der es leid war, nicht gesehen zu werden. Dabei war er gar nicht tatsächlich unsichtbar. Die Menschen hatten sich einfach daran gewöhnt, ihn nicht zu sehen. Eines Tages hielt es der unsichtbare Mann nicht mehr aus. Und er fragte sich, wenn niemand dich sieht, existierst du dann überhaupt? Was hat der unsichtbare Mann getan? Er rief nach einem Monster. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017